Ja, zu unserem Hausboot wäre zu sagen, dass es in Holland gebaut worden ist, dass dieses Boot ungefähr 50 Quadratmeter Wohnfläche hat, oben nochmal 25 Quadratmeter an einem Sonnendeck. Dazu haben wir vorne noch eine Terrasse, wo man natürlich bei der Abendsonne sitzt und sein Abendessen genießen kann. Es sind zwei Schlafzimmer, das heißt ein Elternschlafzimmer und ein Kinderschlafzimmer, aber auch mit großen Betten vorhanden. Dazu ein geräumiges Duschbad, wie man es von zu Hause aus dem Gästebad kennt und jeder Luxus in der Küche mit Spülmaschine, mit allem Geschirrspüler. Und ich würde mich freuen, wenn Interessenten da wären, die da vielleicht mal grobe wohnen möchten. Bis zum nächsten Mal.